Der ist frisch und neu, Lotte und Max Giesinger, auf das, was da noch kommt. Er ist nicht mehr so frisch und neu, er ist schon alter Hase, zumindest bei YouTube, möchte man fast meinen, über 17.500 Follower, begleiten ihn schon auf seinem täglichen Weg, nämlich der Feuerwehr Willi ist da, wunderschönen guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, bürgerlich, André Willi, der Ortsbrandmeister aus Festbeck, du bist jetzt auf deinem Weg zur Arbeit nochmal schnell hier angehalten, es geht aber auch um was richtig Schönes, denn du bist nominiert für einen Preis vom Bundesministerium des Innern. Jawohl, genau, Bundesministerium des Innern, die helfende Hand, 2019. Und die haben, also wie sind die auf dich gekommen, was haben die, ich meine, klar, du bist ja bekannt bei YouTube, aber wie kam es jetzt zu der Nominierung? Also man wird da ja vorgeschlagen, also ich bin ja schon bei Facebook, also in sozialen Medien unterwegs und da wurde ich halt vorgeschlagen und irgendwann musste ich dann mein Projekt wirklich nochmal vorstellen mit ein paar Sätzen, was ich da mache und da habe ich schon gemerkt, dass ich da halt irgendwo aufgetaucht bin. Ja, das ist alles spannend. Und jetzt bist du nominiert bei der helfenden Hand und zwar unter der Rubrik Nachwuchs... Nachwuchsgewinnung. Also das ist schon eine spannende Sache. Man kann da auch abstimmen, man muss da ja auch sogar abstimmen, weil am Ende sind es mehrere nominiert, am Ende sind aber diejenigen, es wird quasi ein Ranking erstellt, wer die meisten Stimmen hat, klar, der gewinnt das Ganze. Es geht da auch um ein bisschen Geld und natürlich aber auch die Anerkennung als solche, denn das ist die allererste eigentlich. Ja, das ist meine erste wirklich offizielle Anerkennung. Das ist eigentlich für mich das Highlight, dass man jetzt mal auch aus politischer Seite hört, Feuerwehr Willi, das ist gut, was du da machst. Und das ist für mich das Besondere, wo ich auch dann mal schlucken muss, als ich die Nominierung bekommen habe. Ja, glaube ich. Also ein bisschen Pipi in den Augen vielleicht auch. Habe ich immer noch. Immer noch. Man sieht es noch. Aber das ist es ja auch. Also die Nachwuchsgewinnung, wir sind ja damals auch auf dich aufmerksam geworden und du kommst ja von ums Eck quasi und das ging eigentlich fast schon so ein bisschen auch mit unserem Sendestart los und dann haben wir direkt dein erstes Video, das ist direkt viral gegangen, nicht das erste, aber eins der ersten Videos direkt viral gegangen mit Sonnenbrille, ganz cool. Und das hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt und das ist auch an uns herangetragen worden und eigentlich begleiten wir dich jetzt quasi seit der Zeit ja auch schon weiter. Und das Ding, Feuerwehr Willi ist echt steil gegangen die letzten Jahre. Ja, vor allem, ich bekomme auch sehr viel, also super tolle Feedbacks von Eintritten, gerade im Jugendbereich, also da scheine ich die Jugend wirklich zu erreichen, dass die Eintreten sind, auch aufgrund meiner Videos und wirklich also belegt von denen selber, dass sie deshalb in der Feuerwehr sind und das sind schon so ein paar, also ich würde mal sagen, so an die 50 E-Mails jetzt in den letzten Jahren, die ich bekommen habe, wo wirklich gesagt wird, gerade, also ich sage mal jetzt 80 Prozent Jugendliche, das fanden die cool und die sind deshalb bei der Jugendfeuerwehr oder Rettungsdienst auch. Und das verteilt sich jetzt aber auch nicht nur auf die Stadt Neustadt, Wunstorf, Gabsen, sondern es ist wirklich über die Stadt- und Landgrenzen eigentlich schon fast hinaus. Ja, es ist schon, also mich wundert selber manchmal, wie weit die Reichweite ist, genau wie jetzt gerade so ein Hilferuf aus Paraguay kam, den ich ja auch ans Außenministerium weitergereicht hatte, wo es da um Förderung der eigenen Feuerwehr ging. Also man wundert sich schon, was da kommt und dann ist es aber auch spannend, macht es Spaß, sich darum zu kümmern und den Leuten da auch da zu helfen. Wir sind ja alles Kameraden, egal welchem Bundesland oder Land, welchen Kontinent, alles egal. Weil wir sind alle eine Familie, ne? Das ist schon eine spannende Sache, die zeigt mal wieder, wie auch das Internet eigentlich Menschen tatsächlich zusammenbringen kann, die früher nie was voneinander irgendwie gewusst oder erfahren hätten. Und dann der Feuerwehr Willi quasi als Anlaufpunkt für einen Hilfegesuch und dann mit Außenministerium. Das ist schon beeindruckend, muss man ganz ehrlich sagen. Mittlerweile hast du deinen Stab ja auch ein bisschen aufgestellt. Am Anfang, da waren es noch ein paar weniger Leute, die da deine Videos mitgedreht haben. Mittlerweile hast du deine eigene Willi-Crew. Ja, genau. Genau, wir sind also zwölf, alles hier aus dem Neustädter Gebiet auch ehrenamtliche Kameraden, die immer mal der, mal der oder mal die mal mithelfen und dann dementsprechend fahren wir dann mit drei Leuten meistens los, mit meinem Kamerateam und dann fahren wir zu den Ortswehren und machen da Filme, stellen die vor, machen Nachwuchsarbeit und das sind halt immer auch eigentlich Kameraden und Freunde und ja, die Willi-Crew halt. Und dafür muss man jetzt auch mal Danke sagen, wenn das ist nämlich alles natürlich ein ehrenamtliches Engagement und vor allem darüber hinaus letztendlich die erste Ehrung. Wo man jetzt genau abstimmen kann, wie das Ganze funktioniert, das wollen wir gleich auch noch mal klären und wir wollen vielleicht auch noch mal gucken, wo geht es eigentlich mit Feuerwehr Willi hin demnächst oder auch generell gleich nach Brandy und Monica, das ist The Boy Is Mine. Echter Klassik aus den 90ern. Brandy on Monica, The Boy Is Mine, mehr cooler 80er, 90er in einer Show, das gibt's bei uns in die Classic Show von 8 bis 10 heute Abend wieder hier bei Mehrradio für euch auf der 88.0. Und mein Studiogast heute Morgen ist der Feuerwehr Willi, bekannt von YouTube, über 17.000 Follower und jetzt auch nominiert für einen Preis vom Bundesministerium des Innern, nämlich die helfende Hand, Nachwuchsgewinnung, Nachwuchsarbeit im Internet, das ist das große Titelthema bei ihm und wir haben gerade schon darüber gesprochen, tatsächlich auch nachweisbar durch deine Videos einige in die Jugendfeuerwehren eingetreten oder auch beim Roten Kreuz oder in anderen Rettungs- und Hilfsdiensten und wie funktioniert das jetzt mit dem Abstimmen? Du hast mir gerade schon, es gibt so aktuell beim Bundesministerium so eine kleine, ja, Datenpanne möchte ich es nicht nennen, aber zumindest ist es so, dass die Abstimmung nicht so richtig funktioniert gerade. Ja, ich habe gehört, dass viele abstimmen wollten, waren auch ganz stolz, haben mir berichtet, dass sie abgestimmt haben, habe mich auch sehr, sehr gefreut, also wie viele Leute sich da mobil gemacht haben, gerade aus unserer eigenen Region für mich, nur die haben gar nicht gemerkt, dass sie gar keine E-Mail bekommen haben, also da gibt es irgendwie technische Probleme und ohne diese E-Mail, diesen Klick auf diese E-Mail zählt die Stimme nicht. Zählt die Stimme nicht. Und ich glaube jetzt, dass ziemlich viele, ich glaube die meisten gar keine E-Mail bekommen haben und gar nicht wissen, dass sie noch gar nicht abgestimmt haben, für mich. Also da lohnt es sich dann doppelt nochmal zu gucken, das Problem ist, man kann auch nicht doppelt abstimmen, weil dann irgendwann das System sagt, nee, nee, sie haben doch schon abgestimmt und eine E-Mail bekommen, also es lohnt sich mal auf der helfenden Hand, der Förderpreis, einfach mal bei Google reinhacken und anklicken und abstimmen vor allem und es ist ja auch eine schöne Sache jetzt nicht nur für dich, du hast ja gerade schon erklärt, das ist eigentlich die erste offizielle Ehrung selbst, sondern eigentlich können sich ja auch die Stadt oder auch die Region da durchaus ja mit Brüsten und sagen, Mensch, das ist ja jemand, der trägt ja unsere Stadt, unsere Region raus in die weite Welt, du bist einer von fünf. Einer von fünf, genau, in ganz Deutschland und wie gesagt, da gibt es auch andere, wie gesagt, andere vier, die in dem Bereich Nachwuchsarbeit dort auch nominiert sind, kann man sich ja auch mal angucken. Ich sage mal, wenn man sagt, da ist ein tolles Projekt bei, gerne auch die wählen, also finde ich alle toll, die was machen im Ehrenamt, es geht nicht nur um den Feuerwehrwähl jetzt in dem Moment, aber einer von den fünf würde ich mich freuen, wenn man da mal eine Stimme für gibt, im Zweifelsfall natürlich gerne für mich, dass es Nachwuchsarbeit im Internet ist, mein Projekt, genau. Im Zweifel und im Zweifel auch gerne mal die Videos anschauen und teilen, da kann auch jeder, der nicht bei der Feuerwehr ist oder auch bei einem anderen Rettungs- oder Hilfsdienst durchaus noch Sachen lernen. Du hattest neulich, habe ich gesehen, ein Video, das ging so bei Facebook ein bisschen viral, da sind ja viele, viele Sachen immer unterwegs, die absolut zerquatscht sind und damit räumst du zum Teil auch mal mit auf. Da ging es jetzt zum Beispiel um die lebensrettende Kopfstütze. Oh ja, oh, da habe ich mich. Das musst du nochmal erklären, bitte. Ja, da gab es eine Behauptung bei Facebook, das geht auch ganz schnell rum, also schnell 100.000 Leute glauben das einfach mal so, dass man mit einem Auto, mit einer Kopfstütze, wenn man mal irgendwo, ich sage mal, mit einem Auto in den See reinfällt und ganz schnell aus dem Auto raus muss, die Türen gehen nicht auf wegen des Wasserdrucks, man muss die Scheibe einschlagen, dass man doch die Kopfstütze nehmen kann. Und da habe ich in einem Video gezeigt, dass man erstens die Kopfstützen auch gar nicht rauskriegt bei den meisten Fahrzeugen ohne Werkzeug, da geht es schon mal los und wenn man die Kopfstütze in der Hand hat, auch mit Schlägen auf der Scheibe und ich habe nicht wenig Kraft. Ich habe es versucht. Das stimmt, ja. Es geht nicht kaputt. Also wie gesagt, das ist also wirklich falsch. Lieber sollte man sich richtiges Werkzeug ins Auto leben, da kostet irgendwie so ein Notfallhammer oder so ein Körner, gibt es so kleine, die kosten irgendwie kleiner 10 Euro, sage ich mal, und da kann man sich sowas ins Auto legen und hat dann die Gewissheit, wenn man mal was braucht, dass es auch funktioniert, anstatt sich auf so komische Geschichten zu verlassen. Ja, definitiv. Also das hat mein Vater vor Jahren schon gemacht, der ist ja, ich war ja früher mal beim Rettungsdienst, aber er selber nie damit in Berührung gekommen, der arbeitet bei der Bahn schon immer, aber der hat irgendwann sich auch mal so ein Teil gekauft, wo er so einen Gurtschneider und so einen Körner dran und so, keine 10 Euro gekostet, liegt immer am Seitenfach im Auto, wenn was ist, dann hilft das Ding auf jeden Fall. Ein sehr schlauer Mensch, würde ich mal sagen. Genau so soll das nämlich sein. Das gebe ich gerne mal so weiter, vielleicht hört er das ja auch gerade. Also Abstimmen ist ganz wichtig im Internet, die helfende Hand. Wir werden auch gleich nochmal ein bisschen was für Facebook und Instagram vorbereiten. Da gibt es natürlich den Link dann auch noch und dann drücken wir dir ganz doll die Daumen. Im November ist, glaube ich, die Verleihung. Im November ist soweit, genau. Und das Projekt heißt Nachwuchsarbeit im Internet. Wenn man da die Liste sieht, ist man auch erstmal im Moment verwirrt, wo ist jetzt der Feuerwehr-Willi? Also so heißt das Projekt, Nachwuchsarbeit im Internet und die E-Mail, der Klick, das ist halt das Entscheidende, das ist halt ganz wichtig. Definitiv. E-Mail klicken, ganz wichtig, vorher Facebook oder Instagram von mehr Radio 7.23. Danke, dass du da warst und jetzt husch husch in die Arbeit, nicht, dass du Chef meckern. Ich beeile mich. Vielen Dank.